Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger, und heute geht es um die To-Do-Liste, was die Idee der To-Do-Liste ist, wie wir diese Idee in Outlook umsetzen können, und dann noch ein paar Tipps und Tricks, damit eure To-Do-Listen möglichst gut gelingen. Was Outlook angeht, werden wir uns anschauen, was der Unterschied zwischen einer sogenannten Aufgaben- bzw. Vorgangsliste und den eigentlichen Aufgaben ist. Dann werden wir uns anschauen, wie ihr eine normale Aufgabe über ein Formular anlegen könnt, und falls euch das zu aufwendig ist, wie ihr deutlich einfacher zeilenweise Aufgaben eintippen könnt. Wir wollen uns anschauen, wie ihr die Aufgaben parallel auch im Kalender sehen könnt und wie ein sinnvoller Umgang mit erledigten Aufgaben ist. Jetzt zunächst mal zur Grundidee von To-Do-Listen. Die Idee ist, dass ich einen Überblick über alle offenen Aktivitäten an einem Platz habe. Das heißt, das Ziel ist, dass ihr nicht mehrere To-Do-Listen habt, sondern idealerweise eine, und da ist es egal, ob das elektronisch oder in Papier ist und wenn elektronisch, ob in Outlook oder Lotus Notes oder in sonst irgendeinem Programm. Idealerweise habt ihr nur eine To-Do-Liste, weil dann der Überblick am besten ist. Das Zweite ist, dass wir durch die To-Do-Liste zwischen Terminen und Aktivitäten trennen. Das heißt, Termine kommen in den Kalender, Aktivitäten kommen in die To-Do-Liste. Das Dritte ist, dass die To-Do-Liste meine Entscheidungsgrundlage ist für die Frage, was mache ich wann. Je nachdem, welche Informationen für dich wichtig sind, die du brauchst, um deine Entscheidung treffen zu können, musst du eben auch unterschiedliche Informationen in diese Liste mit aufnehmen. Ich zeige euch einfach mal, wie ihr die Aufgabe beschreiben könnt und wie ihr zum Beispiel ein Fälligkeitsdatum eingeben könnt. Schaut doch mal, welche anderen Fragen eure Entscheidung beeinflussen, und dann können wir gerne in einem weiteren Video mal gucken, wie wir diese Informationen strukturiert oder auch unstrukturiert noch in die Aufgaben aufnehmen können. Wie kann ich das in Outlook umsetzen? Wenn ich in Outlook bin, finde ich die Aufgaben hier unten. Es ist dieses Blatt mit dem Häkchen drin, manchmal verbirgt es sich auch hier hinter den drei Punkten. Wenn ihr die Aufgabenkomponente dann aufruft, dann landet ihr erstmal in einer sogenannten Aufgabenliste oder, wie sich das in manchen Versionen von Outlook auch nennt, Vorgangsliste. Diese Liste ist genau genommen gar keine physikalische Liste, sondern es ist eine Suche, nämlich eine Suche, die alles anzeigt, was in Outlook offen ist. Das heißt, alle offenen Aufgaben, aber auch alle E-Mails, die mit einer roten Fahne für eine Nachverfolgung versehen sind oder zum Beispiel auch Kontakte, die für so eine Nachverfolgung vorgesehen sind. Die eigentlichen Aufgaben findet ihr hier in dem Ordner Aufgaben. Da möchte ich euch zeigen, wie ihr hier Aufgaben eingeben könnt. Wenn ihr schon mit Kalender und E-Mail arbeitet, kennt ihr natürlich dieses Neue, Neue Aufgabe in diesem Fall. Hier gebe ich jetzt erstmal einen Betreff ein, zum Beispiel Video drehen. Dann kann ich entscheiden, bis wann soll das fertig sein. Sagen wir mal, das soll morgen fertig sein. Dann kann ich mir noch eine Info mit dazu schreiben. Wenn ich das erledigt habe, dann klicke ich auf Speichern und Schließen und die Aufgabe wird mir hier in den Aufgaben angezeigt. Wenn mir das zu umständlich ist, auf neue Aufgabe klicken, ausfüllen, dann wieder auf Speichern und Schließen und zwischen Tastatur und Maus hin und her. Schneller geht es, wenn ihr direkt hier unter Betreff in das Feld klickt, denn jetzt kann man praktisch zeilenweise Aufgaben runtertippen, also zum Beispiel Video schneiden. Dann drücke ich die Tabulatortaste. Jetzt bin ich in der Spalte Fälligkeitsdatum, und hier schreibe ich zum Beispiel rein Übermorgen. Dann drücke ich die Enter-Taste. Damit ist die Einfügemarke jetzt wieder hier, wo Betreff steht – ich klicke da auch gar nicht hin, ich zeige euch das hier nur – und ich kann die nächste Aufgabe tippen, und zwar zum Beispiel Video hochladen. Beim Fälligkeitsdatum trage ich jetzt mal ein 26 Punkt, das ist dann der 26. im aktuellen Monat, also im März und im aktuellen Jahr. Ich drücke die Enter-Taste, und ich habe eine Aufgabe mit dem Fälligkeitsdatum 26.3. Dann wäre vielleicht noch Untertitel hinzufügen, und ich drücke wieder die Tabulatortaste und schreibe mal Montag. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Tag das ist. Montag, drücke die Enter-Taste, und ihr seht, das ist jetzt der 29.3. Also die Idee ist praktisch, ihr klickt in das Feld hier klicken, um Aufgabe zu erstellen, das direkt unter dem Betreff ist, schreibt den Betreff, Tabulatortaste, Datum, Enter-Taste. Wenn ihr dieses Feld nicht seht, liegt es häufig daran, dass ihr zum Beispiel hier in der Aufgabenliste seid. Da kann man nur die neue Aufgabe eintragen, keine Fälligkeit eintragen, und deshalb empfehle ich euch für diese Eingabe die Aufgaben. Jetzt habe ich die ganzen Aufgaben erstellt, und ich habe die zwar in der To-Do-Liste erstellt, damit ich sehr flexibel bin und die spontan dahin schieben kann, wo ich die brauche, aber im Kalender möchte ich vielleicht an den entsprechenden Tagen hier auch sehen, welche Aufgaben sind denn noch für diese Tage fällig. Da gibt es die Möglichkeit, über Ansicht tägliche Aufgabenliste normal, zu sehen, okay, hier Video drehen ist am Mittwoch fällig, am Donnerstag ist Video schneiden, am Freitag ist Video hochladen. Ich sehe also zu den Terminen, die ich im Kalender habe, auch die Aufgaben. Ich kann, wenn ich jetzt das Video vielleicht heute schon gedreht habe, kann ich auch hier schon sagen, das ist schon erledigt. Ich klicke die rote Fahne an, es ist erledigt, und ihr seht jetzt, die erledigte Aufgabe wird dann an dem Tag angezeigt, an dem ihr auf erledigt geklickt habt. Ich wechsle wieder in meine Aufgaben zurück. Ihr seht, auch hier ist die Aufgabe erledigt und durchgestrichen. Ich mache das jetzt mal noch mit Video schneiden. Seht ihr, wird hier auch durchgestrichen, und wenn ich wieder in den Kalender gehe, dann seht ihr auch, das Video schneiden ist jetzt hier am Dienstag schon erledigt. Jetzt ist die Frage, was wollt ihr denn machen mit den Aufgaben, die ihr erledigt habt? Wollt ihr die wegwerfen oder braucht ihr die noch? Wenn ihr sie wegwerfen wollt, ist klar, dann löscht ihr sie. Wenn ihr sie noch braucht, weil ihr später mal noch nachschauen wollt oder weil ihr zum Beispiel auch in eurem Kalender sehen wollt, welche Sachen habe ich denn an dem Tag noch erledigt, außer den ganzen Terminen, die ich hatte, dann empfehle ich euch, macht hier einen extra Ordner, einen Ordner, den würde ich erledigte Aufgaben nennen. Ich klicke dazu mit der rechten Maustaste hier auf Aufgaben, wähle neuer Ordner, gebe ein Erledigte Aufgaben. Es wird dann ein Aufgabenordner, er wird in dem Ordner Aufgaben als Unterordner angelegt. Ich bestätige mit OK und habe dann hier diesen leeren Aufgabenordner, in den ich jetzt meine erledigten Aufgaben hineinschieben kann. Ich würde das zum Beispiel so machen. Ich würde abends hergehen, würde einmal hier auf das Symbol Sortieren nach Erledigt klicken, die würde die erste Aufgabe anklicken, die da erledigt ist. Dann würde ich die Großschreibtaste drücken, die letzte anklicken, dann sind alle dazwischen markiert, und dann schiebe ich diese Aufgaben alle gesammelt als erledigt in den Ordner Erledigte Aufgaben. Wenn ich jetzt im Kalender nachschau, dann sehe ich, ah ja, die sind alle an dem Tag erledigt worden. So habt ihr einmal den Überblick über die ganzen Aufgaben, die noch offen sind, aber im Kalender seht ihr auch, was an einem bestimmten Tag fällig ist bzw. was ihr an einem bestimmten Tag schon erledigt habt. Das war es erstmal mit der Einbindung von Outlook in so eine To-Do-Liste. Da gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Ich würde euch empfehlen, erstmal so damit anzufangen und dann zu schauen, was ihr für Fragen dazu habt. Schaut euch ruhig auch die nächsten Videos an, da wird es auch immer mal wieder um Aufgaben gehen. Aber schreibt auch gerne eure Fragen in die Kommentare, ich beantworte die gerne. Dann würde ich euch jetzt gerne noch ein paar Tipps geben ganz generell zum Umgang mit solchen Aufgaben, damit euch das auch gut gelingt. Der erste Tipp ist, schreibt alle Aktivitäten an diesen einen Platz, den ihr euch ausgewählt habt, zum Beispiel in Outlook, und zwar egal, ob ihr die Informationen für die Aktivität am Telefon bekommt, ob sie euch spontan einfällt, ob es eine Info auf dem Handy, in WhatsApp oder sonst wo ist. Sorgt dafür, dass ihr wirklich einen Platz für eure Aktivitäten habt. Das zweite ist, schreibt in die To-Do-Liste wirklich nur Aktivitäten, also keine Dinge, die so groß sind, dass sie 30 Aktivitäten beinhalten. Da weiß man nicht, wo man anfangen soll. Schreibt da die erste Aktivität auf, die ihr daraus machen wollt, und schreibt auch keine Ideen in die To-Do-Liste. Ideen vermüllen praktisch die To-Do-Liste, und wenn man dann durchgeht und was machen will, dann denkt man, das nicht und jenes nicht und das nicht, und dann kommt überhaupt kein Fluss in die Abarbeitung der To-Do-Liste. Dann wäre es gut, wenn ihr alles eintragt in eure To-Do-Liste, alle Aktivitäten eintragt, und dann entscheidet, was ihr daraus in welcher Reihenfolge macht. Ihr werdet merken, es ist dann viel leichter, intuitiv die richtige Entscheidung zu treffen, als wenn da nur die Hälfte drinsteht, und dann fällt mir ständig was Neues ein, und ich bin hin- und hergerissen, jetzt ist vielleicht doch das wichtiger als jenes. Also erst alles aufschreiben, dann die Entscheidung treffen. Einzige Ausnahme wäre, ihr habt gerade eine Aktivität, die ihr aufschreiben wollt, und die geht sehr schnell, die dauert maximal zwei Minuten, dann bearbeitet die gleich oder müsst ihr euch nicht nochmal damit befassen. So eine To-Do-Liste braucht natürlich auch eine kontinuierliche Pflege. Da ist es gut, wenn ihr euren Rhythmus findet. Macht ihr das einmal oder mehrfach am Tag, macht ihr das morgens oder abends. Also such dir da deinen Rhythmus raus. Ja, das waren noch ein paar Tipps zum Umgang ganz generell mit To-Do-Listen. Ich hoffe, es war für dich auch was Neues dabei, und es hat dir Spaß gemacht. Gerne kannst du mir ein Like hinterlassen oder auch den Kanal abonnieren, aber vor allem schreibe Fragen in die Kommentare. Ich beantworte euch die gern, und das war's für heute. Einen schönen Tag, euer Arno. Ciao!